Hallo Leute, der neue Apple Pencil mit USB-C ist da. Ich habe ihn ausführlich getestet und zeige euch in diesem Video alles, was ihr über den neuen Apple Pencil wissen müsst. Als erstes sollte euch allen mal klar sein, dass das nicht der neue Apple Pencil im Sinn von Nachfolger des Apple Pencil 2 ist. Dieser Apple Pencil befindet sich sozusagen unter dem Apple Pencil 2. Er ist in seinem Funktionsumfang reduzierter, kostet dafür aber auch weniger. Das heißt, der Apple Pencil 2 ist und bleibt das aktuelle Top-Modell. Abgesehen von ein paar ersten Hinweisen hier ist sonst nichts anderes beigelegt. Also wir haben hier nur den Apple Pencil. Der sieht einem Apple Pencil 2 auf den ersten Blick eigentlich zum Verwechseln ähnlich. Denn er hat grundsätzlich das gleiche Design. Das heißt, wir haben hier einerseits diese matte Oberfläche und andererseits diese abgeflachte Kante, wodurch sich der Apple Pencil etwas angenehmer halten lässt. Vor allem aber auch magnetisch an der flachen Kante eines iPads anbringen lässt. Abgesehen davon sehen wir aber auch, dass der Apple Pencil USB-C etwas kürzer als der Apple Pencil 2 ist. Wie also gerade eben erwähnt, lässt sich auch der Apple Pencil USB-C magnetisch an der Seite eines iPads anbringen. Und dabei geht er auch automatisch in einen Ruhezustand über, um Akku zu sparen. Sonst passiert hier aber weiter nichts. Das bedeutet, so wie wir es jetzt mit dem Apple Pencil 2 sehen, dass der Stift dann auch induktiv geladen und gleichzeitig mit dem iPad gekoppelt wird, das unterstützt der neue Apple Pencil über das magnetische Anbringen hier nicht. Dafür hat dieser Apple Pencil hier hinten eine aufschiebbare Kappe und dahinter befindet sich dann eben der USB-C Anschluss. Rein qualitativ macht das hier auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Das geht angenehm auf und zu und macht ein qualitativ gutes Geräusch, wenn man das so sagen kann. Die Kappe hat dabei auch einen gewissen Widerstand. Das heißt, wenn ich hier mal so dagegen drücke, seht ihr, dass die Kappe immer wieder zurückgedrückt wird und erst ab einem gewissen Punkt springt sie dann von selber rein. Beim Aufmachen ist es das gleiche. Bis zu einem gewissen Punkt springt sie immer wieder zurück und erst ab einem gewissen Punkt springt sie dann von selber auf. Also nur um euch mal zu vermitteln, wie sich das ungefähr anfühlt. Wir sehen eben auch, konkret für diese Umsetzung ist der Stift auch dick genug, sodass ich dann ein USB-C Kabel hier problemlos reinstecken kann. Das heißt, um jetzt diesen Stift mit einem iPad zu laden und zu koppeln, wird der dann über ein USB-C USB-C Kabel direkt mit dem iPad verbunden. Danach passiert das, was wir vom Apple Pencil bereits kennen. Dieses kleine Fenster hier oben erscheint. Er ist jetzt mit dem iPad gekoppelt und wird gerade geladen. Insgesamt besser ist das jetzt natürlich speziell für das iPad 10. Bis jetzt war das nämlich nur mit dem Apple Pencil 1 kompatibel und man benötigte einen Adapter dafür. Eine weitere Eigenschaft, die ich an dieser Lösung damals kritisiert hatte, war folgendes. Es kann ja mal passieren, dass der Apple Pencil leer wird, während ich ihn gerade benutze. Da dachte ich mir dann, wenn der Apple Pencil dann schon direkt mit dem iPad per Kabel verbunden ist, dann könnte ich ihn vielleicht gleich direkt weiter benutzen. Aber das ging eben nicht. Er ließ sich erst dann wieder weiter benutzen, sobald er vom iPad abgesteckt wurde. Mit dem USB-C Apple Pencil ist das jetzt allerdings nicht so. Ihr seht, der ist am iPad angeschlossen und lässt sich währenddessen auch ganz normal benutzen. Ist vielleicht jetzt nicht für jeden wichtig und wird vielleicht auch nicht so oft vorkommen, aber für den Fall der Fälle wollte ich es trotzdem mal erwähnt haben. Eine weitere Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, ist folgende. Der Apple Pencil 2 lässt sich ja bekanntlich hier an der Seite eines iPad 10 magnetisch nicht wirklich anbringen. Ist ja auch klar, denn von Apple aus ist es ja auch vorgesehen, dass dieser Apple Pencil mit diesem iPad gar nicht kompatibel ist. Am Apple Pencil USB-C hingegen hat Apple eindeutig irgendetwas angepasst oder verändert, denn der wiederum lässt sich an der Seite eines iPad 10 problemlos anbringen. Bei den anderen USB-C iPads funktioniert das aber sowieso wie gewohnt. Dieser neue Apple Pencil kostet jedenfalls 95 Euro. Im Vergleich zum Apple Pencil 2, zumindest direkt bei Apple, sind das Ganze 55 Euro weniger. Dafür fehlen dem Apple Pencil USB-C aber eben gewisse Eigenschaften oder Funktionen. Zunächst einmal, und das haben wir bereits gesehen, er lässt sich über die magnetische Seite eines iPads nicht induktiv laden und koppeln. Was aber vor allem beim USB-C Apple Pencil fehlt, und das sehen wir jetzt hier beim Apple Pencil 2 und gibt es ja auch beim Apple Pencil 1, ist die Druckerkennung. Für uns war das beim Apple Pencil eigentlich immer selbstverständlich und hat bestimmten Stiften auch mehr Realismus verliehen. Was aber jetzt Reaktionszeit, Präzision und Schreibgefühl allgemein angeht, ist das eigentlich so, wie wir es vom Apple Pencil kennen. Was aber jetzt die Druckerkennung angeht, hängt es sicher auch ganz davon ab, was man mit dem Apple Pencil machen möchte. Wer auf dem iPad hauptsächlich nur schreibt und vielleicht auch ein bisschen was skizziert, dem, würde ich mal meinen, wird diese Funktion auch nicht so fehlen. Auch wenn es natürlich trotzdem schön wäre, es zu haben. Übrigens die Druckerkennung nicht mit der Neigung verwechseln. Beim USB-C Apple Pencil wird wie gewohnt erkannt, ob ich ihn schräg halte, damit dann eben zum Beispiel der Bleistift auch so reagiert, wie es in diesem Fall mit einem echten Bleistift wäre. Wo die Druckerkennung, die ihr jetzt hier beim Apple Pencil 2 seht, aber nicht fehlen sollte, ist bei der kreativen Nutzung. Das heißt, wer hier kreativ sein möchte, die Rede ist von richtigen Zeichnen, von einer professionellen Nutzung des Apple Pencils, der wird dann hier wahrscheinlich möglichst viel Realismus haben wollen. Und diese Druckerkennung gibt dem Ganzen einfach mehr Realismus. Es fühlt sich dadurch dann einfach mehr nach einem echten Stift an, denn gerade beim Zeichnen gibt die Druckintensität dem Ganzen mehr Vielfalt. Aber gut, das ist ja nur ein Punkt. Es gibt ja auch noch andere Punkte, die dem USB-C Apple Pencil fehlen. Dazu gehört auch die Doppeltipp-Funktion, die wir ausschließlich vom Apple Pencil 2 kennen. Also, dass ich durch Doppeltippen auf die Oberfläche hier direkt zum Beispiel zwischen zwei Werkzeugen, zwischen einem Stift und einem Radierer zum Beispiel wechseln könnte. Was der USB-C Pencil wiederum unterstützt, und mit dem zeige ich euch das auch hier, ist diese Schwebe-Funktion mit mindestens einem M2 iPad Pro. Das geht ja sonst auch nur mit dem Apple Pencil 2, aber eben auch mit dem USB-C Apple Pencil. Mit dieser Funktion bekomme ich auch eine Vorschau von dem Stift, den ich ausgewählt habe und auch wie ich ihn angepasst habe. Ich sehe dann einfach noch, bevor ich mit dem Apple Pencil auf dem iPad aufsetze, wie das dann ungefähr aussehen würde. Für alle, die jetzt allerdings verwirrt sind, nämlich nicht vom iPad-Lineup, sondern vom Apple Pencil-Lineup, gibt uns Apple hier einen genauen Überblick darüber, welcher Apple Pencil jetzt mit welchem iPad kompatibel ist. Ebenfalls für mehr Klarheit kann dann vielleicht diese Tabelle hier sorgen, wo uns gezeigt wird, welcher Apple Pencil jetzt mit welcher Funktion ausgestattet ist oder bei welchem Apple Pencil welche Funktion fehlt. So sieht also jetzt das aktuelle Apple Pencil-Lineup aus. Drei sind es inzwischen geworden, wobei man schon auch sagen muss, der Apple Pencil 1 existiert ja nur mehr deswegen, weil Apple ja auch offiziell noch ein Lightning-iPad verkauft, nämlich das iPad 9 und weil es vielleicht auch Besitzer eines Lightning-iPads gibt, die sich einen damit kompatiblen Apple Pencil kaufen wollen. Aber nochmal zusammengefasst, für Besitzer eines iPad 10 ist der neue USB-C Apple Pencil definitiv mal eine bessere Lösung. Außer vielleicht, wenn ich als Käufer eines iPad 10 bereits einen Apple Pencil 1 besitze, dann brauche ich ja nur den Adapter dazu. Aber wie gesagt, der neue Apple Pencil passt definitiv besser zum iPad 10. Auf der anderen Seite beginnt aber alles damit, dass das iPad 10 den Apple Pencil 2 gar nicht unterstützt. Wäre es nämlich so, würde es die ganze Sache sowieso simpler machen. Immerhin hat man dann aber allgemein damit zumindest eine günstigere Apple Pencil-Option. Hier muss ich zumindest auch nicht darauf achten, dass ich die Kappe nicht verliere, denn so ist das beim neuen Apple Pencil natürlich definitiv besser gelöst. Für Besitzer eines USB-C iPads bedeutet das jetzt aber erstmals, dass es auch eine günstigere Option als den Apple Pencil 2 gibt. Und 55 Euro Differenz ist ja auch nicht gerade wenig. Allerdings gehen wir dabei von den 149 Euro aus, die ein Apple Pencil 2 direkt bei Apple kostet. Bei diversen anderen Händlern bekommt man den Apple Pencil 2 inzwischen schon für um die 120 Euro. Das ist dann natürlich nochmal was anderes im Vergleich zum USB-C Apple Pencil. Aber der wiederum ist ja gerade erst auf den Markt gekommen und kostet aktuell bei Apple 95 Euro. Auch der wird dann wahrscheinlich bei anderen Händlern im Laufe der Zeit günstiger werden. Im Endeffekt hängt es also ganz vom Einsatzzweck ab. Was möchte ich mit dem Apple Pencil dann genau auf meinem iPad machen? Reicht mir dafür der USB-C Apple Pencil voll aus? Und spare ich mir dafür lieber den Aufpreis auf den Apple Pencil 2? Oder möchte ich den Apple Pencil so haben, wie wir ihn bereits seit 5 Jahren kennen? Und ich möchte keine Kompromisse eingehen und bin auch dafür bereit, den vollen Preis zu bezahlen? Auf der anderen Seite stellen sich auch viele die Frage, wann Apple nach 5 Jahren, seitdem es den Apple Pencil 2 eben gibt, mal einen direkten Nachfolger als einen Apple Pencil 3 vorstellt. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir so etwas mit der Vorstellung des nächsten iPad Pro. Schreibt am Ende auch wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare und vor allem auch, für welchen Apple Pencil ihr euch entscheiden würdet. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos für mehr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.